Österreich Österreich spielt zwar nicht den schönsten Fußball, jedoch kommen die schönsten Fußballer aus Österreich. Guten Abend, das ist Nathalie Piegler, mein Name ist Marc Zechiel und gemeinsam mit einem Team von Spezialisten haben wir den Balldesigner entwickelt. Dieser Ball ist einzigartig. Er wurde von Kindern designt und hat Matchballqualität. Auch dieser Ball ist einzigartig. Er zeigt ein Team von Spielern und wurde gemäß Fairtrade hergestellt. Derzeit produzieren wir ca. 30.000 Bälle durchschnittlich pro Jahr. In Zukunft wollen wir kräftig wachsen. Unsere Zielgruppe für diese Bälle sind Schulen und Vereine. Davon gibt es im deutschsprachigen Raum ca. 80.000. Das Mapping-Tool dazu haben wir entwickelt und es wird gerade europaweit geschützt. Balldesigner macht sie damit zum Designer. Mit nur wenigen Klicks befindet sich ihr persönliches Motiv auf dem Ball. Und so einfach geht's. Sie laden auf balldesigner.com ein Foto hoch, wählen es auf dem Ball. Mit wenigen Klicks ist das Motiv auf dem Ball verfügbar. Sie können dann Bälle bestellen direkt online bei uns im Shop oder bei einem Handelspartner. Beziehungsweise auch den Ball als virtuellen Ball erteilen weltweit. Mit anderen über Facebook und soziale Medien. Ihr Investment von 100.000 Euro geht in die Fertigstellung des Online-Tools und den Vertrieb. Dafür bieten wir einen 10% am Unternehmen. Kurz gesagt. Es gibt einen Trend zur Personalisierung. Mit Balldesigner können Sie einfach, schnell, online selber Bälle gestalten. Durch die Entwicklung von Balldesignern wollen wir neue Märkte erobern. Und dafür möchten wir Sie gewinnen. Ein paar persönliche Beispiele haben wir Ihnen heute mitgebracht. Bitte gerne. Ja. Ist das. Danke, Natri. Danke für den Ball. Das hast du kein Problem.